Musik Hallo, ich bin jetzt auf eine Babyparty eingeladen und dachte mir, da muss ich irgendwas Liebes mitbringen. Also habe ich einmal Cakepops gemacht mit klein aufgemalten Babyfüßen und einmal habe ich kleine ABC Würfel Cakepops gemacht. In diesem Video zeige ich euch jetzt, wie ihr die kleinen Würfel Cakepops nachmachen könnt. Es ist manchmal ein bisschen tricky, aber ihr kriegt es hin. Viel Spaß beim Auspuppen. Aus der vorbereiteten Cakepop Masse formt ihr erstmal wie gewohnt Kugeln. Diese Kugeln werft oder haut, wie auch immer, ihr dann von verschiedenen Seiten auf die Arbeitsfläche, sodass die typische Würfelform entsteht. Um die Seiten schön glatt zu bekommen, könnt ihr noch ein bisschen mit zwei Teigschabern nachhelfen. Zum Schluss noch die Ecken mit den Finger ausformen und nach Belieben nochmal klopfen, bis es euch eben gefällt. So ungefähr sollte der Würfel dann aussehen. Wichtig ist es, die Ecken schön auszuformen, damit man den Würfel dann nachher auch als Würfel erkennt. Nachdem ihr die Schokolade aufgewärmt habt, steckt ihr den Cakepop Spieß in die Schokolade und dann in den Würfel. So hält alles besser. Die Würfel taucht ihr dann in die Schokolade und lasst sie vorsichtig abtropfen. Man muss ein bisschen aufpassen, die Würfel fallen ein bisschen leichter runter als die Kugeln, weil sie ein bisschen schwerer sind. Aber das kriegt ihr hin. So, die Buchstaben und die Kanten sollten farbig abgesetzt sein, deswegen könnt ihr eure Schokolade jetzt nach Belieben einfärben. Je nachdem, was euch gefällt. Die eingefärbte Schokolade füllt ihr dann in den Spritzbeutel mit einer kleinen Lochtülle. Dazu sollte die Schokolade nicht so flüssig sein, sonst läuft sie nämlich gleich wieder unten raus. Sollte sie zu flüssig sein, könnt ihr noch ein paar Candy-Milz dazugeben, dann wird sie nämlich ein bisschen fester. Die Schokolade tragt ihr dann an den Kanten entlang auf. Eine nach der anderen. So erkennt man dann die Würfelform am besten. In die Mitte schreibt ihr dann die Buchstaben. Wenn jemand den kurzen Namen mit nur vier Buchstaben hat, könnt ihr mal natürlich auch den Namen reinschreiben. Nun das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf. Wenn es euch leichter fällt, könnt ihr natürlich auch zuerst die Buchstaben und danach die Kanten vom Würfel zeichnen. Einfach mal ausprobieren, was euch leichter fällt. Hey Bruder! Und fertig sind ganz tolle Cakepop-Würfel. Viel Spaß beim Ausprobieren! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020